Hunderte Türken und Austro-Türken sollen systematisch monatelang in Österreich überwacht haben. Dabei werden auch Regimekritiker nach Ankara gemeldet. Jetzt ist klar, einer der Dreh- und Angelpunkte der aus Ankara gesteuerten Bespitzelung sollen ausgerechnet Moscheen sein. Im Fokus stehen dabei 65 Gebetsstätten der Türkisch-Islamischen Union in Österreich. In Vorarlberg betreibt der größte muslimische Verband Österreichs 13 Moscheen, in Tirol 12, in Niederösterreich 11, in Oberösterreich 10. Einzig im Burgenland gibt es aktuell keine einzige. Mehrfach fordert der grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz die vereinsrechtliche Auflösung der Gemeinschaft. Der Grund, der vereinsrechtliche Zweck, kann ja nicht die Bespitzelung von Mitbürgern sein, so Pilz im Gespräch mit der Tageszeitung Österreich. Gleiches gelte auch für den Verein Union Europäisch-Türkischer Demokraten. Dieser holt unter anderem Recep Tayyip Erdogan im Juni 2014 zum Wahlkampf nach Wien. Unbeeindruckt davon läuft das Erdogan-Referendum in Österreich auf Hochtouren. Bereits seit einer Woche können insgesamt 108.500 türkische Staatsbürger in den Konsulaten in Wien, Bregenz und Salzburg ihre Stimme abgeben. Erdogan wird vehement für ein Jahr und will damit seine Macht weiter ausbauen. Noch können sie eine Woche lang wählen. Bis dahin ist aber noch alles offen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.